Na gut, dann geht's noch weiter mit der Suche nach diesem Weg nach oben. Was ist denn da hinten für ein Fluss? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Oh, voll an die Kante gesprungen. War nicht so gut, ne? Da macht er keinen Salto mehr, ne? Traut er sich nicht. Ich will noch dieses andere Ding da hacken und ich suche die ganze Zeit nach dem Weg dahin. Über dieses Dach. Ich hab ja eigentlich, als wir auf diesem Funkturm waren, könnt ihr euch noch erinnern, letzte oder vorletzte Part. Ich hab da gehofft... Nein, da hab ich gehofft, wo die sagt, du bist schon mal Fallschirm gesprungen, dass wir dann da runterjumpen können. Das war mega nice geworden. Ich guck aber jetzt noch mal... Naja, ist klar, der braucht halt alle vier. Da können wir dann auch mal gucken, was es da gibt. Oh nein, bitte gib mir noch mal die Drohne. Wir müssen irgendwie hier reinkommen. Es gibt echt keinen Weg für den... Wobei... Hier kommt der Quart... Hier kommt doch der Jumper durch, da unten. Nachdem ich das weggespringt hab da... Oder hab ich das beim letzten Mal übersehen? Ne, so blöd bin ich doch gar nicht. Pass auf, gleich kommt die Frage, bin ich blöd oder bin ich nicht blöd. Oder bin ich blöd oder bin ich blöd. Okay. So wie es aussieht, bin ich blind und blöd. Geht aber nicht. Moment, ich räume das mal beiseite. Boah, da schieb ich's wieder hin, ne? Aber das sieht eigentlich nicht danach aus, ob das geht. Oh mein Gott. Kann man jemand diesen Schrott da wegnehmen? Warte, ich schmeiß da noch mal eine rein. Halt. Doch nicht damit. Ja, auf dem Campus ist was explodiert. Wow. Jetzt rast doch nicht gleich aus. Was ist der Grund ihres Anrufs? Oh, da wieder. Uzi, soll ich nicht hier rumstehen. Oh, weg damit. Der läuft drüber, weiß aber. Der Bumper kann nicht da drüber. Die Einsatzkräfte sind unterwegs. Bitte bleiben Sie ruhig. Oh, ne, wollte ich nicht. Ich vertausche immer noch die Seiten, ne? Hallo? Ach, der hat ne... Ja, genau. Wieso ist... Ach, der ist kaputt gegangen, die Explosion. Ja, das ist klar. Das kann ich verstehen. Aber wenn das nicht geht, dann muss ich halt irgendwie aufs Dach kommen. Kann der nicht einfach so an den Ranken hochklettern? Da ist schon wieder die Uzi in der Hand. Ich sag jetzt mal, Uzi sieht ein bisschen danach aus. Ist wahrscheinlich keine. Kann ich auch nachgucken. Ein R2000 oder so wie eine Mac-10. Sieht ja auch aus, ein bisschen. 9mm. Schreck doch nicht die Oma. Ach, komm schon. Ne, das... Hä? War der... War der grad drin? Ne, das geht nicht. Das sieht zu blöd aus. Es wäre viel einfacher. Oh, guck mal, ein Schirm wieder. Warte mal. Ansicht. Wui, muss er auch mal sein. Hallo. Vor allem auf den Kopf drauf gesprungen. Aha. Lustig. Da ist noch eine. Ja, wahrscheinlich eh gleich. So, dann muss ich jetzt wirklich gucken, wie ich aus das blöde Dach komme. Ich wette von innen kann er dann durch dieses... Ich muss sofort hier weg. Da ist nur eine, guck. Aber warte mal, ich... Ich mach mal was lustiges. Hey, du sollst flirten mit der. Wow, immer weiter so. Hey, schreib mir auf Inright. Nein, nein, bitte. Was? Hey, schreib mir und dann... Nein, nein, bitte. Yeah, yeah. Ich hab ne Nummer. Aber ganz ehrlich, wieso höre ich diesen Funkspiegel? Du bruchst so mega laut von denen. Oh, guck mal. Die machen da, glaube ich, gerade eine Übung. Was kann man dann da machen? Lachen, beruhigen, beleidigen, begrüßen, jubeln. Bäm. Komm, macht weiter. Ich glaube nicht, dass ich das in den Einstellungen separieren kann, den Sound. Leider nicht. Was ich sehr schade finde. Hey, ich guck doch nur zu. Hey, nicht gehen, Baby. Bleib still. Ich mag, wie du gehst. Ja? Ups. Und dann die Knache rausgeholt. Alles klar. So, jetzt bin ich wirklich... Oh, warte. Der Truck muss doch ausreichen, um da oben dran zu kommen. Da sitzt keiner drin. Was zur Hölle? Komm. Raus da. Ich will hier nicht unbedingt ran. Wieder aus... Den einen auslachen, weil ich dem das Ding geklaut habe. Kommt der doch nicht hoch. Alles ist scheiße, Alter. Okay. Warte mal, hier vielleicht irgendwie? Du sollst hier keine Kunststücke machen. Du sollst da draufklettern. Der springt da runter anstatt drüber, ne? Mann, ich finde das echt nervig, mit diesem blöden Geklettere hier. Jetzt renne ich hier um den Campus und suche so einen Scheiß... So eine Scheiß-Hebebühne. Guck mal, die... Oh, die halten sich. Der Bus ist auch nicht höher da. Duren, duren, Planet Earth. Mann, es war wirklich cool, wenn man das Zeug wenigstens von Anfang an hätte und sich bestellen könnte dann. Ich glaube, jetzt hier echt schon einen zweiten Part auf dem blöden Campus rum. Ich meine, es ist auch lustig. Nebenbei, kannst du so ein bisschen Spaß machen? Coda-Print. Naja, ist ja gar nicht zu erkennen, was es eigentlich ist. Ich hole mir hier erstmal auch ein bisschen Kohle. Oh ja, auf dem Campus darf ich hier nicht hingehen. Warum nicht? Was ist denn da drin? Guck mal, hier kann der hochklettern, ne? Ich brauche eigentlich irgendein Moped gerade mal, dass ich das hier erkunden kann. Was ist denn das für krasse Kachen da drin? Ich habe jetzt wenigstens gehofft, dass da was drin ist. Aber hier gibt es auch noch was zu hacken. Da gehe ich mal da hin. Vor allem ein Display auf den Mülleimern. Willkommen in der Zukunft. Vielleicht ist das da ja wirklich so. Ich glaube, aber eher nicht. Hallo, ich habe da oben eine Drohne. Es ist schon klar, dass ich die aktivieren will, ne? Vielleicht komme ich ja mit dem Teil da durch. Boah, das ist ja ein Megalabyrinth. Okay, da ganz außen lang. Wenigstens geht die Drohne nicht irgendwann aus. Aber es müsste doch hier irgendwo hochgehen. Oder geht das gar nicht? Doch, ah, da war eine Abzweigung. Und zwar hier rein, genau. Oh, zu weit. Halt, hoch, hoch. Hups. Hä? Achso, jetzt runter? Da. Ein Forschungspunkt. Ich baue ja nur noch 10. Ich habe ja beim letzten Mal aus Versehen Waffenfertigkeiten gelevelt. Ich wollte ja die Drohnen und Jumper-Eigenschaften verbessern. Das war so blöd, ey. Aber ich sehe auch hier nichts. Ach. Ah, wie nervig. Gib mir mal dein Moped. Ich muss jetzt hier rumfahren. Na, hier hinter der Tankstelle. Wobei, da habe ich aber eigentlich gerade gescannt hier. Haha. Hätten sie wenigstens auf der Karte irgendwie anzeigen sollen. Ähm, vielleicht hier bei diesem Einkaufszenter, wenn das eins ist. Oh. Warte. Hey. Gehen Sie bitte weiter. Das ist ein Sperrgebiet, aber ich bin hier einfach locker drin. Was ist denn da passiert? Achso, das ist... Ja, ich bin da schon weg. Es ist mir auch egal, was ihr da macht. Ich habe gerade eigentlich eine andere Mission. Ich will das schon hacken. Das ist mega großbestimmt, was es da gibt. Nee, Mann. Ey, das nervt so krass bei dem Spiel. Nice. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, hier. Ah, was haben wir denn hier für ein Gebäude? Ah, Taut Vision. Vision. So. Du kriegst gleich meine... meinen Ärger ab, wenn du mich noch mal so beleidigst. Nein, bin schon wieder hier drin. Ah, ich bin ja schon wieder hier am Start, aber... Ich habe kauft hier hinten. Nee. Mann, ich suche doch nur so ein Scheißteil zum Hochbeamen. Beamen. Das kann doch nicht sein. Oder ist es vielleicht möglich, dass da doch ausnahmsweise mal eine Kacktür aufgeht? Das kann ja gar nicht. Da ist doch nicht mal eine Tür. Ach, das gehört doch zum Campus hier. Würde ich halt mal nur denken jetzt wegen den Cheerleadern. Da ist nur mal eine Tankstelle in Anne war ich gerade. Der Bus ist zu klein. Oh, boah. Ich gehe nochmal auf der anderen Seite gucken und sonst... Keine Ahnung. Einfach nur mega aufregend. Regt einen auf. Wer ist denn das hier? Vollpfosten! Haha, mit einer 3D-Brille. Oder so eine VR-Brille, besser gesagt. Hier ist eine Baustelle. Das sieht doch gut aus. War das einer da? Nee. Eigentlich kann ich mit der Drohne gucken. Weit und breit keins von diesen Dingern, ey. Boah, komm. Den Stunt machen wir aber mal. Ich gehe ja eh wieder auf die andere Seite. Irgendwie ist das schon chillig auf dem Campus. Weg da. Wieder rein. Woooo. Gibt es leider keine Punkte für. Da war eine Feuerwehr. Die kann man doch bestimmt... benutzen. Haben die Leitern? Nee, haben sie nicht. Aber die kann man halt nicht fahren, oder? Aber der zeigt irgendwie da hin, hier. Nee, jetzt nicht mehr. Wo zeigt der denn überhaupt hin? Egal, ich fahre erstmal da hin. Das muss aber damit gehen. Oh, stell dir doch nicht an, eine Feuerwehrauto. Ist doch logisch, dass die mal losfahren. Ey, so dumme Menschen hier, ne? Was zur Hölle? Oh mein Gott. Da ist nur keine Leiter drauf, aber irgendwie kann ich da drin was machen. Ach so. Oh. Das. Also hier, der normale Heck ist das. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Hat mich eines Nachts mal verdammt erschreckt. Ich war total besoffen und... Ich bin echt... Ja, dann macht der ein Salto. Dann springt er nach vorn und nutzt die Kraft dafür. Du Depp. Boah, ich verstehe nicht, wie man... Spiele so blöd machen kann. Das ist ja schön und gut, dass man hier ein bisschen rätseln muss, aber ständig das Geklettere und was dann darauf hinausläuft, dass man diese Hebebühnen suchen muss. Das ist absoluter Scheiß. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Mit der Drohne... Also mit dem Jumper hab ich ja schon versucht. Unten drunter durch. Sag mir nicht. Ne, die Tür... Das wär's jetzt, wenn die Tür aufgehen würde. Hm.